Hallo meine Lieben, ja heute kommt ein Outfit of the Day und ja, ich finde es sehr schön, es ist halt mehr in blau gehalten und ja, ich fange gleich an. Also ich habe eine braune Jacke an, so eine braune Jacke von Pico und Kloppenburg und ja, die hat mal 22 Euro gekostet. Und dann, wenn ich die Jacke ausziehe, von H&M, so ein blaues Basic-Dings da, so was eigentlich nur bis hier so gehen sollte, aber ich mag es lieber, wenn die länger sind, deswegen. Also es ist nur eins, das ist sehr gerade geschnitten eigentlich wie so ein Kasten und ja, da drunter habe ich dann den blaues normales Top an. Ja, dann die Kette, die ist von Family, hat hier dann auch noch hier so ein paar andere, oh Mann, meine Haare. Er hat hier dann auch noch ganz viele andere Details dran, hier noch so ein großes Herz und ja, die finde ich sehr schön, die passt sehr gut dazu. Und dann noch diesen Schal, Mann, jetzt kann man das nicht sehen, diesen Schal. Und zwar sind da eigentlich Schmetterlinge drauf. Hier, hier ein großer und das ist halt mit blau und pinken Details. Und ja, der ist auch sehr schön, den habe ich auch von Family. Und dann noch diese Ohrringe in pink. Und ja, die haben hier so ein paar Punkte-Details und so. Und ja, die finde ich sehr schön, die habe ich geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Und ja, und das ist dann mein Outfit. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank.